Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's play together, Leech of Noobs. Jo, äh, Pappen wieder dabei. Ja. Wie vorhin im 4-Part. Und wie vorhin bei LOL-Aufnahme, wo wir hatten ein gutes Team nicht. Ja, grad haben wir schon mal aufgenommen halt und, äh, es war ein bisschen nurig. Ja, da hatten wir so ein Pro-Team, was die ganze Zeit übelst abging. Äh, dachten wir, komm, ich zerstöre jetzt gleich die Nexus, klicken wir mal auch Spaß aufs Gerändern. Nehmen wir vorbei, haben wir verloren, aber sonst war eigentlich ganz lustig. Mhm. Bestimmt. So ein Scheiß, so ein Alter. Boah. So, ich wieder mal feed meinen Main-Charakter und, äh, partnern mit Kasadin. Ja, mal so probieren, so. Ich weiß auch noch nicht, was ich mir kaufen will. Ich würd sagen, als erstes Schuhe Archie. Ja, Magie-Durchdüngungs-Schuhe einfach und, ähm. Und dann, also, dann passt das schon. Ah, Dön! Dön, guck mal zu mir. So. Guck mal zu mir, Dön! Ja, schnell bald ich! 30 Sekunden! Ja! Going. Ok, ist alles frei oben mit dem Wursch? Ey, schau' doch mal her, das richtig geil! Schau' doch mal her! Schau' doch mal her! Schau' doch mal her, schau' doch mal her! Jaaa! Hier, guck! Warte! Ich kann nicht gucken, ich habe irgendwas zu tun, Mann. Jetzt mach, jetzt mach. Jetzt ist es spät. Fick, ey. Das hat cool da und du gehst in das. Jetzt mach, so ist es. Ja, schön. Ist der AfKa? Der ist AfKa, der Junge. Der Junge ist AfKa. Weiß ich mehr. Ich habe keinen Bock auf. Ja, das ist so ein Riecher Combo-Freak. Und dann haben wir auch noch gleich viel Lauf. Wir haben gewartet ein Arschloch. Ja, wie siehst du hier? Mr. Renauds, was geht schon ab? Ich gehe ab. Ich bin ja sowieso der übelste Pro in Loll, ne? Ja, wenn man sich für 100 Euro Ride Points kauft, und alle Champs kauft, kann man sich wohl Pro nennen. Ja, danke. Das fand ich jetzt gar nicht nett von dir. Ja, ja, ja. Was, wieso fertig warst du mit dem Video? Ich bin ja okay von dir. Ach, danke. Ich bin ja okay. an was wirklich er er hat ja nur irgendwie 20 dann oder er geht auch ab ich sehe das schon damit sein schön müssen fähigkeitsstärke was ist wenn ich rechte der hat einen ganzen herr ab krasse sache äh den klingelt den an der was ist ja nicht sein du was ist es joh nein die die wir haben schon ordentlich schaden bei auch so eine scheiße tschuldige Ich würde auch hoffen, dass der tausend cw hat auf seinen Fuß. Ja, fast. Scheiße. Wäre das Krittler, wäre der Tod gewesen. Jetzt brauche ich Mana. Das ist mal so knapp, wie ich ausweicht, weil ich ein Dreckslauftempo habe. Ja, aber jetzt fick ich den schon langsam mit meinem Kuhsbild. Macht schon damage. Yes. Yes. Obst, Entschuldigung. Egal. Entschuldigung, warum entschuldigst du nicht, Bungi? Na, du, ne, ich hab, äh, ich will mit Wayne-Gespräch, obwohl die man nicht hört. Okay, gar nicht so fick. So, der Xen pennt auch ne Runde, ne, der gammelt da nur rum und macht nix, ist der noch nie angegriffen bis jetzt. So ähnlich wie du. Wogegen, äh, Esrea ganz Zeit angreift und darauf wartet, dass Xen mitmacht. Tja, DSL1. Ne, ne, einfach nur kein Bock. Und Schiss von mir, vor soem Steingolam. Ja, aber schön. Wird sein. Ja. Wenn du so ne Steinscheibe in ne Fresse kriegst, dann höre ich auch an's. Wenn man fett ist, dann höre ich auch an's. Naja. Äh, ich hab ja immer noch die Theorie, dass du irgendwie von der Thio wiegst oder so richtig fett bist. Du weißt wie ich aussehe, glaub ich. Ja, weiß ich auch. Das ist fett. Ja, also. Ne, egal wie du aussehe, du bist einfach fett. Mhm. Hm. Was hab ich so beschlossen? Hm. Nein! Jesus Christus! Oh! Oh! Oh, Mann! Scheiße, den krieg ich nicht mehr da und hab keine Mana mehr dafür. Fuck! Boah, eh, 04! He, gang. He, gang! Ne, he, gang! He, gang! Boah, nie wieder Kasselbohrer. oder doch nicht so direkt ich muss weg ich muss mal zurück was sogar die werfen ihren richtigen gut und ich habe so normal und ich bin trotzdem noch ich würde zu allein tauschen mit rein wird so hochkommen jetzt sind die da hochschulen wieso schade Ich mach dir wieder Golden Malphite. Ich hab dir nur was gemacht, dass ich mir extra Mellpfeifen kaufe. Ja, richtig geil war das. Wollt ihr denn hin? Wollt ihr mich angreifen? Du musst schon dick schaden, obwohl du noch keine Dingsschuhe hast. Ist auch gut. Yeah. Jetzt geht's los in den Kills. Siehste, kommst du bei mir in der Nähe, gehst ab. Ja, 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 ja. Das stimmt an dir, glaube ich auch so. Ja, nicht ganz, aber viel. Tschüss. Komm mal her. Ich will mein Unzings bestes I can. Ich will meine Unzings so gerne benutzen. Oh, richtig in die Fresse springen von dem, aber ne. Aber das gleich mal machen. Ja. Mach. Sobald du kannst, mach. Ich folge dir dann unauffällig. Mach! 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 Jetzt! Tower Dive! Ja! Nee, Mann! Gleich! Jetzt! Nee! Junge! Das schaffen wir nicht! Doch! Obwohl, das schaffen wir wohl! Ja, drauf! 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 Ja, ist doch schön gewesen! So, hier ist Ezreal! Bist tot? Nee, noch lange nicht! Gut! Nein! Noch lange nicht! Ja, jetzt bin ich tot! Aber ne geile Aktion gerade mit dem Tower Dive! Noch lange nicht! Bomb! Das ist eine ulti perfekte Kasse! Ezreal! Das ist mittlerweile jetzt eh... Sehr schön! Ich habe einen Scheiß! Doch! Ach ja! 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 ab kommt sich wer bestimmt dumm vor, der hat schon ihre Endboots weiß und der andere, der Brand, hat erst seine normalen, weiß ja wow, hilf mir sagst du doch, dass da welche sind ja, mach doch, ich hab's zu wenig oh, hilf mir du bist du gar nicht so gebraucht, weißt du denn bist du nicht einfach zu fiend ja, der S ist sowieso der größte Pro von allen, der wollte sich die empfohlenen Items alle Melfade-Spieler sind Bots ja oh, 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 oh ah, jetzt kommt die Kaylin, macht Ult und zieht nur raus, da mach bang ja, die ist aber auch nein ja wie geil war das denn ja, ich hab' den Kugel ja, ich hab' den Kugel ja, ich hab' den Kugel ey, das war's mir wert ohne Wiss ey, du hättest sehen müssen wie geil das war meine Ulti war Fell daneben und dann noch dick war eine Scheibe drauf gehauen boah, gut dass ich das aufgenommen hab ich hab' den Kugel oh, digger ne digger ey, schau' lauch digger war voll verrückt oh ja, find ich gut das gewinnt wir gleich haha Du bist ein Feeder, Alter. Wir haben vorhin gespielt ohne Aufnahme und haben dann die ganze Zeit alles gephoned. Es geht um jetzt. Es geht um jetzt. Ja, ja, komm mal die Fresse. Ich blende meine Stats ein in einem Video. Halt doch mal die Fresse, Ezreal! Ich geh mal kurz mit dir helfen, ne? Ja, ich geh mal kurz mit dir helfen, ne? Viel Spaß! Ja, da haut er ab, ey! Spaß, ey! Komm mal, Oma, beeil dich! Duuude! I'm so afraid to go top! Es! Oh, die Faust auf dem Boden! So! Endlich! Mein Freund! Wir hatten ja schon mal die Kanten, schau! Was?! Ein Handling hat den Swing! Boah! Finde ich gut! So, so kann das weitergehen! Nicht! Den killst du! Komm! Ich hab ja meine Ulti! Ich hab ja meine Ulti, aber... Warte! Den küsst du nicht! Oder macht dir genug Schaden? Ich mach... 200! Okay! Ja, das wird nix! Ich hab aber noch mal ne salzmische Scheibe, die macht 100 noch mal Schaden! Ja, ist eh zu spät! Gott bist du schlecht! Denn... Habe deine Fresse mit dem Schlecht, Alter! Wir müssen... Nicht flägen! Doch! Das muss so! Das muss so! Das muss so! Ja, ich komm gleich ableinen, so und dann geb ich die Clarity und dann hast du wieder Mana, aber erst mal so ein paar Spells waste! Ja, weil ich meine... Du! Du da! Dahin! Die Kern ist sowieso am besten! Was? Weißt du, bauen erst mal... Was baut die? Füßig! Madrid! Wie dann läufst du? Wie viel lang laufig ich... Ich hab' bloß noch... Ich hab' nur noch nicht viel lang! Ja, hör' zu sehen! Bis wie! Bist du üblig! An enemy has been sling! Gib' mal Clearance! So? Na... So! 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 Geh es mal oder nicht?